Hallo und herzlich Willkommen hier in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der beliebten Kategorie Alter, da bin ich scharf drauf. Wir machen Spaghetti Al Arabiata und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Pasta, Nudeln, Spaghetti gibt es in mannigfaltiger Version. Aber Spaghetti Al Arabiata sind für mich mit die besten, denn die sind richtig schön würzig, scharf mit Chili, mit Zwiebeln, genau mein Ding. Ist nicht so viel Arbeit, wie es sich anhört. Im Thermomix geht das sehr einfach. Das einzige was wir noch brauchen ist ein Topf mit Wasser, den habe ich schon aufgesetzt. Natürlich könnt ihr die Spaghetti auch im Mixtopf zubereiten. Wie das geht, haben wir euch im Kanal schon gezeigt. Ich mache es heute im Topf, den Rest im Thermomix und wir beginnen mit einer Zwiebel, einer Knoblauchzehe und einer Chilischote, einer roten. Da habe ich die Kerne rausgeholt, denn ihr wisst in den Kernen ist das wirklich scharfe. So wird es aber auch noch scharf genug. Das ganze kommt in den Kessel hinein und wird 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Mit dem Spatel schieben wir Knoblauch, Zwiebel, Chili nach unten und geben nun 40 Gramm Butter sowie 100 Gramm magerer Speckwürfel. Und dünsten das ganze jetzt 6 Minuten auf 120 Grad, Stufe 1, Linkslauf und dann melde ich mich wieder. Ich glaube das wird sehr sehr lecker. Wie gesagt, ich bin da echt scharf drauf. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weitermachen mit unserer Soße. 800 Gramm Dosentomaten kommen jetzt rein. Die sind ganz, gibt es auch stückig, aber ich nehme jetzt die ganzen, weil die werden jetzt eh verkocht im Thermomix. Irgendwie gehört in jede Nudelsoße auch Tomatenmark, außer in die von Carbonara. Da kommt glaube ich keiner rein. Hier aber 50 Gramm Tomatenmark und noch ein Teelöffelchen Zucker. Und dann haben wir es eigentlich schon, zumindest was die Zutaten anbelangt. Denn kochen müssen wir das jetzt natürlich noch und zwar 20 Minuten auf 120 Grad, Stufe 2, Linkslauf. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich bin schon wieder früher da als die 20 Minuten, denn das habe ich fast vergessen euch zu sagen. Ihr stellt euch natürlich den Timer entsprechend auf 20 Minuten ein. Eure Eieruhr solltet ihr aber so einstellen, dass ihr in der Zwischenzeit eine Vase Spaghetti, das sind 500 Gramm, das ist übrigens keine Vase, das ist ein Erlmaierkolben, eine Vase Spaghetti voll, 500 Gramm, so zubereitet nach Packungsanweisung, dass die quasi zeitgleich mit der Soße fertig sind. Das wollte ich euch nur noch sagen, nicht dass ihr euch nachher wundert, wenn ich in 20 Minuten wieder hier bin und die Spaghetti sind schon fertig. Also ich koche die dann kurz so, dass...jo, bis gleich. Die Soße ist so gut wie fertig. Die Spaghetti habe ich schon mal abgeseimt. Die sind auf jeden Fall durch. Bevor wir das Ganze jetzt anrichten, kommen nochmal 10 Gramm kalte Butter hier in den Kessel und das Ganze wird nochmal 5 Sekunden auf Stufe 5 vermischt. Und natürlich müssen wir das noch abschmecken mit etwas Salz und Pfeffer. Ich bin da immer etwas sparsamer, wenn es um sowas geht. Ich denke nämlich, dass man so eine Pfeffermühle und eine Salzmühle auch durchaus auf den Tisch stellen kann und jeder seinen eigenen Geschmack dann da finden kann. Genauso ist es übrigens auch mit den Chilis. Jeder hat ein anderes Empfinden für Schärfe. Ich mag es scharf. Für mich gerne auch 2 große. Wenn man Kinder hat, muss man halt einfach ein bisschen schauen. Wichtig ist halt, dass ihr da die Kerne rausnehmt. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr mischt die Soße und die Nudeln in einer großen Schüssel. So mache ich es normalerweise zu Hause, aber meine Tochter zum Beispiel findet das ganz schrecklich. Bei der müssen die Spaghetti auf dem Teller liegen und die Soße muss so von oben runter laufen. Ich werde das jetzt genau so machen. Ihr könnt das natürlich auch noch mit Parmesan bestreuen. Ich mache ein paar Spaghetti hier drauf, mal ein bisschen Soße drauf. Wir machen noch ein Foto, damit ihr gleich mal in der Nahaufnahme seht, wie schön das aussieht. Und dann müssen wir natürlich noch gucken, ob es auch so gut schmeckt, wie es riecht. Bis gleich. Ich streue mir noch ein bisschen frisch gehackte Petersilie drüber. Einfach auch für die Farbe und für den Geschmack. Parmesan habe ich schon gesagt. Könnt ihr nach Bedarf natürlich auch drauf machen. Ich probiere jetzt mal, wie es schmeckt. Ich probiere aber wirklich nur die Soße mit ein bisschen Nudeln. Weil Leute, ich habe heute echt schon verdammt viel gegessen. Aber trotzdem muss ich natürlich schauen, wie die Spaghetti Al Arabiata geworden sind. Ob die denn auch wirklich so scharf sind, wie sie riechen oder wie das Rezept... Der Speckgeruch kommt da richtig raus gerade. Das ist voll cool. So dann hoffe ich, dass ich das hier mal unfallfrei aufgedreht bekomme. Irgendwie wird das nämlich immer zu viel, wenn man die so aufdreht. Aber ich muss ja trotzdem probieren. Das ist eine gute Soße. Für mich könnte die durchaus noch schärfer sein. Aber sie hat schon echt ordentlich Feuer. Absolut lecker. Ich finde das auch gerade mit dem Speck, der riecht nicht nur. Der schmeckt auch total lecker raus. Dieses leicht rauchige. Das ist total gut. Also ich mag diese Soße. Spaghetti mag ich sowieso. Ich kann es euch empfehlen. Macht es auf jeden Fall mal nach. Wir haben noch tolle andere Rezepte mit Spaghetti. Zum Beispiel Spaghetti Aglio Yolio. Die gibt es auch bei uns im Kanal. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, solltet ihr das tun. Da unten ist so ein Knöpfchen. Da steht abonnieren. Ja, nebendran ist ein Glöckchen. Das klickt ihr dann auch an. Dann bekommt ihr nämlich immer einen Hinweis, wenn es hier ein neues Rezept gibt. Wie man Spaghetti im Thermomix kocht. Haben wir auch schon gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Ist wirklich lustig und nicht gerade unpraktisch. Also man kann das schon benutzen. Bei der Soße vielleicht nicht, aber dafür gibt es andere Rezepte. Ich hoffe dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.